Clan-Brüder, zu mir! Was liegt an? Zu den Laufen! Hm, 29, 29, da fehlt jeweils einer, oder? Meister, helf mir! Okay. Das heißt, wir sind jetzt die Golems los. Wenigstens ein kleiner Sieg für uns. Für den Clan! Alles, was wir mitmachen! Sie sind schon in der Stadt? Ich bin Ulm, doch, Chefmeister! Sie belagern unsere Stadt! Zu den Laufen! Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Oh, bevor er... bevor ich das hier doch mache... Tauschen wir hier mal aus. Okay, ich kann sie schon mal beschwören. Das stimmt allerdings. Äh... Das ist allerdings nicht so gut, wenn ich sie jetzt da durchschicke. Krieg! Bin schon auf halbem Weg! Alles, was ihr wünscht! Ja! Ich gehorche! Ach, sie tun mir weh! Bin schon auf halbem Weg! Vorwärts, vorwärts! Ich bin sofort, sofort! Wie kann ich dienen? Bin schon da! Äh, ja. Dum-dum-dum-duta. Hier gibt es auf jeden Fall die Flammezunge... Schild... Spinnseitenrobe... und... ...ne... ...Obsidian-Maske... ...und ringmäßig kriegst du auf jeden Fall... ...und ringmäßig kriegst du auf jeden Fall... auf mein zeichen mir nach zu mir auf meinen befehl für den krieg zurückweichen stehe bereit die ruhe und verzüglich auf meinen befehl was auf dem weg ich bin sofort sofort alles was ihr meister wie kann ich dienen verstanden meister man das könnte auch langsam mal ab sie sind schon in der stadt was liegt an für den klan habe ich einen vergessen oder habe ich zwei verloren ich habe zwei verloren zu den waffen auf mein kommando und los so die ersatzgruppen kommen vorwärts folgt mir hier bin ich meister das ist leicht meister ich gehorche hier bin ich eile meister sofort sofort bereit und los folgt mir okay die eisgeister lasse ich erst mal in ruhe bis ich vorwärts schnell sofort den eisernen paar ihrer vorwärts zum angriff schnell okay die machen hier den pass scheinbar unsicher für den orden folgt mir die haben was dagegen vorwärts die haben was dagegen dass er nicht am pass gehen scheint das zum angriff meister helft wie kann ich sofort was verlangt schließt die reihen ja und los das interessante ist die sind nicht mehr so wirklich stark folgt mir mal gucken ob die hier oben einen spawn haben schnell mir nach alles was ihr wünscht folgt mir vorwärts schnell aber ja da orks durchzubringen könnte sich als gewagt bezeichnen auch da ist noch eine truhe was jetzt dorthin also sonst Hier bin ich, Meister. Wie kann ich dienen? Ich gehorche. Alles, was ihr widerben. Schnell. Aber ja, entweder haben sich jetzt die Eisernen langsam verausgabt. Oder sie sammeln wieder größere Truppen. Ist was? Wo sonst? Oh, das kann ich vergessen. Ich kann hier oben nämlich keine Gebäude bauen. Dorthin also. Und ich hab jetzt vergessen, die Truhe aufzumachen. Hä? Verstanden. 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 Feindlicher Angriff! Frostbringer? Was macht hier ein Frostbringer? Entdeckung! Ach ja, du. Heilung kann man machen. Verstärkt die Deckung! Schnell! Schnell! Clanbrüder zu mir! Sie sind überall! Ah ja, ne Nexus. Feindlicher Angriff! Nicht zurückweichen! Schlagt sie zurück! Ein Gegenangriff! Verstärkt die Deckung! In Deckung! Schlagt sie zurück! Ein Gegenangriff! Was ist... Sie meinen es ernst! So, damit ist eine, nächstes wenigstens mal gefallen. Für den Clan! Nicht zurückweichen! Auf mein Kommando! Für den Orden! Nicht zurückweichen! Clanbrüder zu mir! Oh, erster General der Eis. Nicht zurückweichen! Stehe bereit! Wird sofort ausgeführt! Für das Licht! Ein Gegenangriff! Ah, außer ich selber... Ich will mal gucken, was wir von hier unten mal sehen können. Ein Gegenangriff! Ich komme doch hier hoch, oder? Ah, weiter komme ich nicht. Okay. Schlagt sie zurück! Ihr werdet sofort ausgeführt! Oh, zweiter General ist hier. Da hat sie noch ein Frostgolemchen verirrt. Nicht zurückweichen! Auf meinen Befehler! Tor den Feinden! Ich finde schön, wie sie direkt neben dem Eisturm stehen und ihn einfach ignorieren. Ein Gegenangriff! Ein Gegenangriff! Clanbrüder zu mir! Ach, da ist der Hinterangriff! Ach, da ist der Hinteringang! Eisbolem! Krieg! So, ich würde aber sagen... Hier! Sofort! Der Eisturm! Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Und dann sehen wir uns gleich wieder! DISH! DISH!